Die Sowjets bereiten in Leningrad. 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 Versteh uns. Jawohl. Das ist unsere Chance. Bin unterwegs. Err mich dem Ziel. Bau abgeschlossen. Eine Einheit wird angegriffen. Wird gebaut. Unterbrochen. Abgebrochen. Sie dürfen uns nicht sehen. Das ist unsere Chance. Unterbrochen. Err mich dem Ziel. Verstanden. Wir haben Zeit zu andern. Unterwegs. Err mich dem Ziel. Bleibe unauffällig. Unterwegs. Eine Einheit wird angegriffen. Die zerstörten sowjetischen Stützpunkte können als Ausgangsbasen genutzt werden. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Ausbildung. Feindliche Einheit. Wie schwer. Ein eiserner Vorhang wurde zerstört. Bau abgeschlossen. Was darf es sein? Allzeit bereit. Bullen wir sie uns. Wird gebaut. Hallo. Hallo. Wie Sie wünschen, Sir. Wird gebaut. Hat er Marine Basissen eigentlich? Wir sind beschädigt. Er hat auf jeden Fall Seheneinheiten irgendwann im Spiel. Mirage. Das ist unsere Chance. Feindliche Einheit beentdeckt. Sie dürfen uns nicht sehen. Warturm erobert. Bau abgeschlossen. Eine Einheit wird angegriffen. Einheit wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Wird gebaut. Sie dürfen ab sofort den Proton. Wird gebaut. Wie soll ich mich ein bisschen überlegen? Wird gebaut Erwartung, Befehle Sie dürfen ab sofort den Protonen-Kollider bauen Der Einsatz dieser Waffe hätte für die sowjetischen Stützpunkte in dieser Region fatale Folgen Sie sind im guten Händen, mein Freund Feindliche Einheiten entdeckt Eine Einheit wird angegriffen Wird gebaut Wie schwer ist es? Der Zeit zu andeln Sie sind im guten Händen So, ich hab jetzt Luftabwehr Das ist gut Sehen wir uns mal um Super Idee Sie sind im guten Händen, mein Freund Sagen Sie, was zu tun ist Feindliche Einheiten entdeckt Bau abgeschlossen Neue Bauoption Wird gebaut Sie sind im guten Händen, mein Freund Erwartung, Befehle Soll ich etwas zerstören? Ich statte Ihnen einen Besuch ab Unser Verbündeter wird angegriffen Bau abgeschlossen So, Proton-Kollider steht Meiner ist im Bau Wird gebaut Wird gebaut Noch ein Eing, ja? Tesla-Panzer, Sie werden uns grillen Wird gebaut Ihre Spannswehr bereit Soll ich etwas aus dem Weg räumen? Feindliche Einheiten entdeckt Bau abgeschlossen Sie sind im guten Händen, mein Freund T-15 Minuten bis zum Start des Shuttles Bau abgeschlossen Wie weit können die denn Feindliche Einheiten entdeckt Nähe mich dem Ziel Sie dürfen uns nicht sehen Bin unterwegs Zum nächsten Mirage Uff Abgrund abgeschlossen Neue Bauoptionen Ach, du hast da bloß ein paar Jäger abgeschossen Okay Wird gebaut Oh, 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 oh Was ist denn? Da ist etwas, was mir gar nicht gefällt Natascha, bleib weg da Was? Die überfliebt das? Nein, 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 nein Oh, oh Nein, 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 nein Aaaaaaah Ups Unser Stützpunkt wird angegriffen Ein Sammler wird angegriffen Z irgendeine Cah Zeitbombe bereit Position wählen Feindliche Einheiten aus Schme Anyways Ich darf das nicht sein Ach Reparatur läuft Er ist okay Leider noch keine Jäger, das ist... Was darf das sein? Doch, die macht keine Jäger. Noch keine Zeit gehabt, welche zu bauen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ein Sammler wird angegriffen. Die wollen doch nur spielen! Feindliche Einheiten entdeckt. Wird gebaut. Ich hab meine Atleta-Pamilion. Wollen wir doch irgendeine Folge um. So, jetzt hab ich Jäger. Nähre mich dem Ziel. Schießen wir den Feinde in die Steinzeit. Eine Einheit wird angegriffen. Haben Systeme abgeschlossen. Es wird Zeit, oder? Kommt auf die Uhr raus. Feindliche Einheiten entdeckt. Prospektor einsatzbereit. Gebrauchtigkeit. Festplatte. Das ist unsere Chance. Jetzt sind wir schon wieder nur 10 Minuten Zeit. Das ist unsere Chance. Freihandelsupgrade bereit. Das ist unsere Chance. Angriff eingeleitet. Nähe mich dem Ziel. Feindliche Einheiten entdeckt. Zeitbombe bereit. Präzisionsangriff bereit. So. Sagen Sie was zu tun. Ein Eisener Moher wurde zerstört. Unser Verbündeter wird angegriffen. Zwei Eisene Vorhänge habe ich. Ja, Zeit zu andeln. Eine Einheit wird angegriffen. Unterwegs. Unser Verbündeter wird angegriffen. Zum nächsten Mirage. Beim Mirage-Panzer wird erledigt. Jetzt erst mal reichen. Apollo-Jäger kampfbereit. Mirage-Panzer bereit. Eine Einheit wird angegriffen. Apollo-Jäger. Karmfeld einsatzbereit. Wird gebaut. Ja, das hat wohl nicht gereicht. Bonjour Commander. Bin unterwegs. Zum nächsten Mirage. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Bau abgeschlossen. Bin unterwegs. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er so viele Tesla-Trufe hat. Ja, der Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten entdeckt. T-minus zehn Minuten bis zum Start des Shuttles. Lacht mich nicht aus! Lacht mich nicht aus! Ich hole immer gut! Wird gebaut. Deluxe-Zeitbombe bereit. Bonjour Commander. Wollen wir sie uns. Wer wollte einen Mirage? Das ist unsere Chance. Atomen-Collider bereit. Unterwegs. Feindliche Einheiten entdeckt. Bleibe unauffällig. Wer will mit mir spielen? Wer wollte einen Mirage? Erwarte Befehle. Was darf es sein? Nähr mich nicht. Ein zureichender Mittel. Wollen wir sie uns? Was? Zum nächsten Mirage. Verstanden. Der war doch noch voll, der Mirage-Schwanzer. Wir sind unterwegs. Unzureichend ermittelt. Es wird Zeit, oder? Mirage-Schwanzer bereit. Eine Einheit wird angegriffen. Der Mirage wird Zeit zu andeln. C'était fatal. Unzureichender Mittel. Feindliche Einheiten entdeckt. Wollen wir sie uns? Attacke! Er mischt im Ziel. Überrascht sie! Der Himmel sieht gut aus. Wir sind beschädigt. Ein Eis seiner Vorhangen wurde zerstört. Unzureichender Mittel. Eine Einheit wird angegriffen. Ein Eis seiner Vorhangen wurde zerstört. Drei Kanone für ihr Einheit verloren. Für sich ein Rufmann! Ich habe noch ein Ass im Ärmel für Sie, Kommandant. Wieso kommen Sie nicht ein bisschen näher an meinen Stützkorb? Dein Proton-Kollider ist gleich bereit, oder? Was? Dein Proton-Kollider ist gleich bereit, ne? Was? Ne, 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 ne! Komm, komm, komm. Geh kaputt. nicht er hat einfach mal hier auch bei mir reingeschleicht reingeschleicht nein 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 ausgerechnet den ich habe hier noch eine spanzer dein proton kollider ist bereit schieß dir mal zwischen die vakuum bombe und den eisernen vorhang von ihm dann gibt es noch ein schönes abschiedsgeschenk hier habe ich jetzt daran aus der luft die zeit wird knapp commander lassen sie den premier nicht entkommen die startrampe müssen wir noch weg machen hast du ein paar flieger auch welche richten sie es ein und kommen sie zu meiner abschiedsfeier kommandant die startrampe ist gut vor direktem beschussgeschäft schalten sie sie irgendwie aus schnell eine einheit wird angegriffen ja ich habe es aber noch keinen handel bekommen jetzt erst ja ich habe ziemlich gefehlt das heißt ich brauche es auch zwei schnell mal zwei äh Luftwaffenbasen und Fentrybomber wir tun was getan werden muss dafür habe ich noch genug geld und feindliche einheiten entdeckt das wie dann ja kommandant ich schicke ihnen eine postkarte von meiner raumstation hier oben feindlicher stützpunkt entdeckt feindlicher stützpunkt entdeckt feindlicher stützpunkt entdeckt einheit verloren das erwarte befehle die wollen mich abschießen der hände sie gut aus spielen wir wer will mit mir spielen da wir haben wir haben wir haben neue befehle nichts wie weg hier kommander logisch wird gebaut unser verbündeter wird angegriffen unterbrochen abgebrochen wird gebaut wird gebaut wie viele kirovs hat der einheit verloren unser bauhof wird angegriffen reparatur läuft wie laut ihr befehl roger volle kraft voraus zentral bitte will ich bin soweit auf se so gut wie erledigt das waren paar kirovs zu viel ich höre neue koordinaten empfangen feuerbefehle ok aber das ding ist fast kaputt ja sr verstanden ich beglückwünsche sie commander sie haben es geschafft diese sowjet haben all das verdient was sie ihnen gegeben haben fantastische arbeit ich werde für wir machen reichte aufgeben sonne auf mittel ja es ist als wäre es gestern gewesen dass dieser brillante commander in der dunkelsten stunde der alliierten in ihren führungsstab berufen wurde und nun da die freiheit wieder hergestellt ist und nach dem sturz der sowjetischen führung kann unser held möglicherweise auch etwas ausspannen und sich erholen sie haben meine einladung doch nicht vergessen commander ich hatte gehofft dass sie heute abend frei wären steht mir gut commander habe ich ihnen zu ehren angezogen wie wärs mit einem drink zur feier des tages ich kenne da dieses kleine pub in soho commander ich würde sagen wir teilen uns die beiden willst du lieutenant boobs oder agent boobs was keine ahnung hey danke dass sie gekommen sind ich betrete dieses podium heute zögernd und schweren herzens präsident howard eckermann war ein großer amerikaner ich war wirklich stolz darauf sein freund zu sein stolz darauf sein vizepräsident zu sein ja er hat den versuch gemacht moskau und millionen unschuldige menschen zu vernichten aber doch nur weil er uns beschützen wollte und letztendlich ist doch nur das von bedeutung wir danken den tapferen helden die gekämpft haben gegen die mächte von faschismus und kommunismus auch den couragierten commander der die freie welt zum sieg geführt hat danke commander wo immer sie auch sind heute übernehme ich die führung dieses großartigen landes und gemeinsam schreiten wir in eine strahlende und erfolgreiche zukunft wir lassen unsere besiegten feinde teilhaben an den früchten von kapitalismus und konsum denn wenn sie sportwagen kaufen und plasmafernseher dann bilden sie bestimmt keine gewaltigen armeen oder erfinden neue waffen sie erfreuen sich am amerikanischen traum und genießen mit ihrer familie den supersonntag und sehen das große spiel wie der rest von uns liebe mitbürger ich nehme diese aufgabe an und verspreche sie stolz zu machen danke und gottschütze amerika das künftige und verspreche sie dann haben wir die haben wir geschafft Machen wir einfach okay, machen wir ein reich draufgehenden Son das nächste mal Alter Ja, ich sag's dir, die letzte Mission hat's in sich. Und, äh, ich hab mir ehrlich gesagt Sorgen gemacht, als ich meinen dritten Eisernen Vorhang kaputt gemacht hab und du immer noch beim ersten warst. Moment. Äh. Ja, was ist? Wart mal kurz, ich riecht. Wart mal kurz. Also, die Aufnahme läuft übrigens noch nur mal so. Ja, kannst du dich auch nur auf, äh, Aufnahme zu verwenden. Okay, dann beenden wir sie einfach mal, die Aufnahme. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir beim Reichter aufgehenden Sonne anfangen. Ach, wir sind ja gar nicht in TeamSpeak. Äh, ja, doch, wir sind in TeamSpeak. Ja, bis zum nächsten Mal. Hi, Crow.